Markus, Larissa und Anita erhalten aufgrund desselben Krankheitsbildes die gleichen Medikamente. Anita hat weder Nebenwirkungen noch Probleme mit der Wirkung. Larissa denkt, dass das Medikament bei ihr wirkt, obwohl sie weit von der optimalen Wirksamkeit entfernt ist. Nebenwirkungen spürt sie keine. Markus leidet unter massiven Nebenwirkungen. Zusätzlich wirkt das Medikament bei ihm nicht. Die Lösung? Mithilfe des Medikamentechecks erhalten Menschen endlich genau das Medikament, welches zu ihrem Körper passt. Eine Speichelprobe genügt. Wir bei Permedio analysieren 2,5 Millionen ihrer Genabschnitte in unserem Labor in Österreich. Die Testergebnisse ermöglichen eine auf ihr genetisches Profil abgestimmte Medikation, die Nebenwirkungen und Wirkungslosigkeit vermeidet. Unser Service bietet Patienten wie Markus sowie Ärzten Sicherheit, da deutlich zielgerichteter Medikamente verschrieben werden können, die auch optimal wirksam sind. Finden Sie jetzt kostenlos auf www.permedio.at heraus, ob für Ihre Medikamente eine Genanalyse empfohlen wird und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.